Musik Original deutsches Skitwetter So sieht Sommer in Deutschland aus Aber zum Glück sind wir ja morgen endlich im Urlaub Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal ein Intro Kamera steht Also, morgen geht es in den Urlaub Heute ist der letzte Tag quasi bei unserem großen Flug Wohin fliegen wir? Fliegen nach Kreta Fliegen nach Kreta Wir sind beide ultra nervös Warum bist du nervös? Weil ich morgen das erste Mal fliege Und weil ich ein bisschen Schiss habe Und ein bisschen mehr Schiss habe Und nervös bin Also Heli ist wirklich noch nie geflogen Heli war noch nicht mal an einem Flughafen Ich selber bin schon oft geflogen Ich weiß auch, wie die Abläufe funktionieren Ich habe auch keine Flugangst oder so Trotzdem bin ich auch ziemlich nervös Weil der letzte Flug jetzt auch schon doch ein paar Jahre her ist Und weil die aktuelle Lage gerade in Düsseldorf ein bisschen kritisch aussieht Leider wurde ihr Flug gestrichen Pech gehabt Zu wenig Personal beim Check-in oder bei der Sicherheit sorgen für Flugausfälle Wie hier in Düsseldorf Sogar die Feuerwehr musste hier zeitweise mit anpacken Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich Und sind ultra gespannt Wir beide hoffen, dass wir heute überhaupt noch irgendwie ein bisschen Schlaf kriegen Ey, ich kann nicht schlafen, ich bin so aufgeregt Genau, ultra aufgeregt Ich habe letzte Nacht schon wenig geschlafen Und habe mir heute Morgen früh einen Wecker gestellt Dass ich heute Abend einigermaßen müde bin Hoffentlich bringt es was Ob es geklappt hat, seht ihr dann einfach morgen früh Sogar Sogar Los Yes Are you ready? Yes 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 Unsere Köfferchen sind auch schon gepackt Wir sind quasi abholbereit, oder? Ich habe noch was gekriegt Ey, noch ein bisschen Taschengeld bekommen Und ja, hier sieht das Wetter auch nicht unbedingt besser aus als gestern Also, umso besser, dass wir jetzt gleich wegkommen, oder? Ja 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 Ich werde das Ich muss das mal ein bisschen festhalten hier Damit auch die Nachwelt Deinen ersten Flug Mitbekommen kann Ja 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 Heute ist es Kids going on away We raven We raven Going on away One for the night JUST BEEN Unser Taxi ist da. Jetzt gibt es kein Zurück, oder? Nein. Vielleicht müssen wir meinen auf der Rückbank. Der ist perfekt. Und wieder viel gemacht. Ich hab Angst. Warum? Ich bin unruhig. Ich weiß ja nicht. Ich bin aufgeregt. Ist alles gut. Voll groß hier alles. Oder? Und so ist der Mensch. Stimmt. Schmeckt es denn? Wir testen, ob wir drunter sind. Wir warten jetzt auf jeden Fall noch. Unser Flug ist nicht mal gelistet. Wir sind übel früh da. Aber die Zeit kriegen wir auch mal rum. Jetzt entspannen wir uns erstmal hier. Und wie fühlst du dich jetzt? Guck mal. Wir haben es jetzt hier bis zum Flugfeld geschafft. Gerade wo? Flugsteig. Sagst du? Also ich muss sagen, Check-In will ich nie wieder machen gefühlt. Also, ne. Ich rot fühle mich nicht normal eigentlich. Ja. Sicherheitskontrolle war voll entspannt, fand ich. Also, ich hab gedacht, wär's schlimmer. Ich wurde rausgezogen. Mir ging schon so ein bisschen der Kackstift. Aber jetzt bin ich hier und alles ist gut. Das ist der letzte Aufruf für den Kordloch. Flug 1 0168 nach Hallerweite. Oh, was ist das? So schön. Voll warm. Ja. Im Flug selber wird es ein bisschen kälter. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Das klappt schon. Du brauchst keine Antwort. Okay. Sehr ersthaft. Sicherer. Noch ein Trigger zum Gegenkreis. Okay, gut aus. Hallo. Guten Tag. 10 B und 10 A. Also, guck mal. Nach 10 hier oben. 10. Ja. So Hölli, gleich geht's los. Wie fühlst du dich? Scheiße. Scheiße? Ja. Warum? Hast du Angst? Ist klein hier, ne? Ziemlich eng alles. Ich bin 1,95 m groß. Ich hab hier auch noch erstaunlich gut beintrei, hätte ich gesagt. Schon mal die Sicherheitsvorkehrungen studieren? Erzählen die gleich auch noch alles. Sag was. Ich hab Angst. Du hast Angst? Wie ist dein Puls da alles so? Ich bin richtig klein. Ja. Haha. Das ist auch jenalisch gut rein. Ja. Ja. Nein. Haha. Das wird gut. Das... Hm. Ich brauch's keine Angst haben. Ja, ja. Danke. Die ganzen Kabinenbesatzer darf ich Sie begrüßen an Bord dieser Boeing 737-800. Mein Name ist Jörg Gutter, ich bin heute der Kapitän auf dem Weg nach Herakia. Ich bin heute der Kapitän. Das war's schon. Das war's. Ich bin heute der Kapitän auf dem Weg nach Herakia. Ich bin heute der Kapitän auf dem Weg nach Herakia. Ich bin heute der Kapitän auf dem Weg nach Herakia. Guck mal Schatzi. Ich möchte nicht hoch. Nee? Nein. Guck doch mal Düsseldorf mal an. Ist alles gut. Gleich machen wir noch eine Kurve. Ich bin heute der Kapitän auf dem Weg nach Herakia. Oh, Drucker vorne hast du nicht, ne? Oh, jetzt fliegen wir durch Rollen. Guck mal doch mal. Ich richte dich. Alles ist gut. Hey, wir sind doch schon oben. Passiert nichts. Wie kippelt dir der Anflug? Nicht gut. Ja. So ist es echt. Weckst du? Hast du gemerkt? Was für eine Kohlrefliege. Was für eine Kohlrefliege. Was für eine Kohlrefliege. Also Elli, gut jetzt eine Stunde Flugzeit auf Reiseflughöhe. Was für eine Kohlrefliege. Oh, kein Scheiß. Locker. Also wir sind jetzt schon über den Alten. Wir haben hier schon passiert. Wie fühlst du dich? Ich weiß, ich lasse fliegen. Ich mag es nicht. Und die Aussicht? Ist ganz nett. Wie sehr freust du dich auf die Landung? 10 von 10. 10 von 10. Und dann? Für sich den Boden. Ja. Erstmal einen trinken. Ey, wenn die mir einen anbieten würden. Ich würde alle nehmen und alle weg. Ja, aber ich finde, du steckst dich ganz wacker mittlerweile. Start natürlich. Ist neu. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Jetzt wird auch noch mal richtig scheiße, glaube ich. Ja, er deckt auch schon. Das wird, glaube ich, auch noch mal schwierig beim Landen, ne? Landung? Ja. Nö. Runter kommen wir immer. Aber es ist so rumpeliger als der Start. Das ist jetzt Hallys erstes Flugzeugessen. Ich glaube, so schlimm ist es dann doch nicht. Was gibt es statt jetzt zu essen? Die gute Mama-Supp, die kennen wir auch aus Thailand. Zusätzlich noch einen kleinen Prosecco, um die Nerven zu beruhigen, oder? Und ich würde sagen, danach geht es ja auch besser. Und für mich gibt es ein Laubenbrötchen. So, Pelle geht's sehr gut. Willst du mich grüßen? Grüße alle, die ich hoffentlich wiedersehen werde. Ich muss noch mal fliegen. Für euch. Guck mal, sogar mit so schön. Hui. Extra für dich. Wie geht's dir? Wir hatten eine wunderbare Zeit. Mir geht's sehr gut hier. Ich habe gerade auch lecker gegessen. Ungefähr nur eine Stunde sind wir endlich da. Kann's kommen abwarten. Alles super. Das trug ich immer wieder gerne. So, Landeanflug. Heli hat starke Rohrschmerzen. Ich habe gerade schon gesagt, die blutet aus dem Ohr. Ja, sag mal. Ne. Ich glaube, das tut so weh. Ja, Heli möchte zum ersten Mal den Druck auf den Ohren. Fahrwerk ist auch schon ausgefahren. Ist egal, ne, ist doch besser so. Was. Ehr Oh, wie geschwindelig, so schön wie ich sehe. Ja. Ja. Aua. Muss man nach draußen kommen? Nee. Ich muss jetzt geschwindelig sein. Ja. Warum meine Autos sind? Ja. Ich kann nicht kommen. Die blau. Ja, kein Haddock. Hä? Ja. Ja. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020